Wir haben ja nur die zwei zur Wahl. So, jetzt haben wir auch das zur Wahl. Aber dass es kein Wohnwahl... Ich weiß nur, was ich weiß, was ich weiß, was ich nicht mag. Du kannst nicht nur hier aufhören, wenn du hier bist. So zurück die Hölle auf, oder ich werde dich aufhören. Ich möchte nur mit dem Mannen reden, der da oben ist. Ich weiß nicht was du, was du willst. Back die Hölle auf. Hey, Mann. Das Mann ist nicht wert. Just forget ihn. Aber wenn er nicht das Wort erneut wird, dann werde ich ihn wiederholen. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich werde nach diesen beiden, wenn ich nach Dicke schaue. Ich muss sie wegschauen. Auf der Kälte der Kälte ist der größte Ort für eine Verstärkung. Auf der anderen Seite des Campes. Sie haben ihre Brüder geflügt. Aber ich muss noch einen Ort, um sich zu schlafen. Sie würden mich sofort überraschieren. Die Kälte ist in der Mitte des Campes. Okay, wir gehen wieder auf Hinweissuche. Das sieht man bestimmt nicht, wenn hier ein erwachsener Mensch drunter hockt. Das stimmt. Das stimmt. Das Zelt hier soll für Ablenkung sorgen. Oder hier sollen sie hingehen. Hier würde kein besseres Versteck einfallen. Lachen. Bayger und die Pflödiebung. Bayger und Zelt. Käpte. Ich habe diese Bilder in der ETHEN Anbietung, nur in Takt. Ich habe diese Bilder in die Zelt. Ich weiß, das ist ganz klar. Ich weiß, wer wurde ins Start. Ich weiß, der sei der Single ist aufurbene, Er will Feuer legen? Ja klar! Ja klar! What? Das ist ja ein total legitimer Weg. Also Sam, ich muss echt sagen... Also das finde ich jetzt ein bisschen daneben, Sam. Ähm... Ich habe einen Feuer-Extinguisher in hier vorhin. Wenn Tyler es hierher bekommen, das Feuer nicht lange genug wird, um mich zu erreichen, Dickie zu kommen. Wenn ich die Schlüsselbüter schrauben, würde es ihm länger dauern, um den Feuer-Extinguisher auszusehen. Das ist ja so. 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 Also das, also das kann, das finde ich nicht in Ordnung, was er jetzt hier plant. Ja, also nötig das einfach an. Ich finde das auch. Gibt es da nicht andere Wege? Du musst doch das Zeug hier nicht anbrennen. Alles, she'll have to find something else to put the fire out with. I've got everything I need, but I won't be able to do it by myself. I need Anna's help. Hey, Anna, Can I have a quick sidebar? Ich habe ja schon auch ein gutes Gefühl. Aber es ist wichtig, dass ich Anna anzunehmen, oder ich nicht genug Zeit habe. Dann kann ich eine Mache benutzen, um die Splinters zu erinnern und um die Feuer zu starten. Ich muss da raus, bevor Lynette und Kalef können in auf mich verlassen. Nach dem, ich schlaue in der Kabin. Tyler und J.R. bleiben, um die Feuer zu erinnern. Anna macht da mit? Das ist halt das, was mich am meisten wundert. Er plant ja jetzt voll mit Anna. Also... Was sollte Anna tun? Ähm... Ende. Okay, Anna macht hier zu. Müssen wir aber trotzdem das Wasser hier verhindern. Wir verstecken uns unterm Tisch. Ich glaube, das ist falsch. Töter will see me under there if he comes into the cabin. Okay, also. Schlüssel zum Van verstecken. Dann verstecken wir uns hinter dem Vorhang. Was für eine Überraschung. Aber das Ende, das lassen wir mal so. Das ist auch falsch, sonst würde jetzt die richtige Szene kommen, glaube ich. Anna hält mal weiter den Schlüssel. Ich bleib hinterm Vorhang. Ach! Barsch! Dann machen wir das jetzt nochmal. Anna schließt ab. Wir verstecken uns hinter dem Ding. Aber sobald allein... Wenn das jetzt nicht stimmt, dann muss Anna was anderes machen. Dann bleiben wir hinterm Vorhang. Hm? Hm? Okay, also Anna hat den Schlauch sabotiert. Ich bleib hinterm Vorhang. Oh Gott, ey, das ist ja quasi jetzt Statistik, was wir hier machen. Aber sobald allein... Hm? Wow, die letzte... Die letzte Option, die wir jetzt gemacht haben, ist die richtige. Ja. 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 Ich hoffe, Sam hat ein schlechtes Gewissen. Alles nur, um hier hochzukommen. Das ganze Camp abgefackelt. Ja. 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 Nein. Ja. 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 Stop zoning out. We're just about there and I need you to help me figure out our next steps. Next steps? At a place where someone might put a bullet through your head. No. Stop it. I'm not doing anything. Other than trying to save your life, you're not thinking clearly. What are you looking at? You're focused on finding the facts and not focused on the very real dangers. You need to focus on the road, not on whatever daydream you're lost in. Just... Just stop. You're the one that needs to stop. Sam, you're going too fast. You need to stop. Leave me alone. Sam, stop it. Sam! Sam! Stop! Sam! Stop! Stop! Stop the car! Sam, are you okay? You nearly got us killed. I need... I need a moment. Take your moment, but make it quick. We're already at the promontory. We need to find that dead drop before Declan gets here. We need to talk. Yes, Sam. It's time. Ah! What's happening? Sam, I can't. Where are you going? Get back here. I'm trying, but it's not working. Ah! 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 I'm losing control of my own mind. Where are you? Where are you? Can you hear me? Can you even hear me? Fine. I'll come to you. What? I got a feeling I'm not gonna like this. Hello? Hello? Okay. Do not freak out. You've been through this before. I'm back in the same room again. Stick to the fundamentals. Breathe. Focus. You can make it out. It still keeps going. It feels like I'm trapped in a maze. The question is, where does it lead? I've worked so hard on it! I wish there'd been another way. But I don't know who's behind it, Sam. That's how you'll get through this. Yeah. But I don't know what's here. There is an auto. Here is an auto. Was ist das Nick Auto? Wehrmord! Danke für deinen Raid! Dankeschön! Überfall! Ich dachte, du spielst Red Dead, aber dann hast du das Spiel gewechselt. Oh, what? War das jetzt direkt richtig? Ich bin einfach nach rechts gegangen. Hallo an alle Raider, falls ihr mit rübergekommen seid und noch da seid. Wir spielen Twin Mirror und wir sind recht weit fortgeschritten in der Story. Ich hoffe, ihr hattet aber einen schönen Stream mit Behemoth. Jetzt habe ich gerade das Gefühl, wir gehen die ganze Story nochmal so ein bisschen durch. Ah! Deswegen, der Spielwechsel bei dir. Ja. Ähm... Ja. 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 Ja.